Juhu, hallo Leute, jetzt willkommen zurück zu Anfair Mario, dem unfairesten Spiel ever. Ich hab grad schon mal ein paar Vorversuche gemacht, damit ich wenigstens den anfangen kann, den ich wahrscheinlich jetzt wieder überhaupt nicht kann. Nee, äh, ganz einfach, weil ich wollte den nächsten Checkpoint erreichen, wo der ist, weiß ich... Kann ich? Als ob das geht, das hab ich... Das hab ich eben noch gar nicht ausprobiert. Geht das? Oh mein Gott. Ja, das geht anscheinend doch nicht, das ist aber schade. Hä, das muss aber doch gehen. Ja, es gibt hier wieder einige sehr unfaire Sachen, obwohl ich muss sagen, ich find es gar nicht so unfair, das Spiel. So unfair ist das Spiel gar nicht, denn man kann ja alles auswendig lernen. Wisst ihr, was unfair wär? Nee, das geht nicht. Das, also ich kann es nicht. Kann sein, dass es geht, aber ich kann es nicht. So unfair ist das gar nicht. Unfair wär's, wenn die Dinger randommäßig kommen würden. Wenn jetzt, da wo ich draufstehe, kam ja eben auch nix, ne? Wenn jetzt da eins kommen würde. So, wenn... Ach fuck, was mach ich da? Wenn einfach die Stacheln und so überall randommäßig wären, dann wär das Spiel unfair. Aber so ist es ja einfach nur, ich lerne was auswendig. Ah, oh mein Gott, da war ich noch nie. Okay, Leute, okay. Oh mein Gott, ich hab wieder Angst. Hier? Schade. Das ist, das ist wirklich, das war sehr schade jetzt. Okay, komm. So schwer ist das, so schwer ist das Game nicht. Na, ich muss doch da irgendwie... Mein Gott, da, da stimmt das Timing, da stimmt es einfach nicht, Leute. So. Aha. Und was macht er jetzt da? Ich seh, ich seh das schon wieder. Ich seh das schon wieder. Komm, guckt ihn euch an. Er schläft in seiner Perfektion. Er ist einfach ein Stein. Er steht dort. Er ist unschuldig, ja? Er tut so, als wenn... Als wenn ihm nichts aus der Ruhe bringen könnte, ja? Aber spätestens, wenn ich mein wunderbares Antlitz über ihm aufgehen lasse, ja? Dann wird er auf einmal, wird ihm die Wut packen und er wird mich zerhacken wollen. Ungefähr so. Oh mein Gott. Dabei war er aber noch human. So, jetzt hab ich... Hab ich aber auch direkt schon wieder vergessen, wo das war. Scheiße, Mann. Oh mein Gott. Ach, Mario, Alter. Das ist jetzt echt nicht mehr schön. So, pass auf jetzt. Ich zeig euch jetzt, wie das geht, Leute. Was war das denn? Wo bin ich da jetzt gestorben? Der Typ hat mich doch noch gar nicht... Der hat mich doch noch gar nicht berührt, oder nicht? Bin ich blind? Entweder du bist blind auf beiden Augen, oder einfach nur blöd. Aber ich muss schon sagen, Leute. Das muss ich jetzt... Das meine ich auch wirklich ernst. Es ist ein wunderbares Spiel. Es ist mal wirklich ein bisschen... Oh mein Gott. Abwechslung. So, pass auf jetzt. Das war Fail. Ah, nein. Boah, fuck. Ich hab gerade gedacht, ich wär gesprungen. Dabei war das der Todesschrei. So, nee. Es ist wirklich... Es ist ein... Es ist ein schönes Spiel. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ach, mein Gott. Viele werden mir das jetzt nicht glauben. Die sagen... Nee, aber es ist wirklich... Es ist ein schönes Spiel. Denn es bietet eine... Ah. Huh. Eine Menge Abwechslung. So. Hey, Kollege. Yeah. Oh, gut. Alter, ich hab den Checkpoint erreicht. Yeah. Okay, Leute. Checkpoint Level 6 ist erreicht. Oh mein Gott. So. Dann will ich meine Kraft mal sammeln. Und dann wollen wir mal gucken, wo es weitergeht. Oh mein Gott. Das ist ja voll heftig. Ich hab jetzt voll die Angst hier rum zu springen. Das wird nicht gut. Yeah. Und jetzt geh ich gleich kaputt. Okay. Okay. Ja. Natürlich. Wie sollte es auch anders sein? Ein überaus fieser Block kommt. Ah. Du. Du Sackgesicht, Alter. Du Sackprasine, Alter. Du Praline aus Frankreich. Du Sackgesichtermalde. Du gesichtete Wichte. Du Wichtelmensch, Alter. So. Komm her. Jetzt weiß ich, wie du funktionierst. Denn. Ha. Was? Äh. Wie denn dann? Äh. Was? Was? Das verstehe ich nicht. Oh. Oh mein Gott. Wie trollhaft war das denn jetzt? Das war aber richtig gut. Weißt du? Ich hab einfach was. Der Fuck. Ich. Was war das denn jetzt? Ey. Ich hab einfach was gemacht, Leute. Ich hatte überhaupt keine Ahnung. Ich hab gedacht, okay. Dann springst du halt in den Tod, wenn die Dinger kommen. Und dann gewinne ich auch noch. Richtig gut. So. Wo bin ich denn jetzt? Ah. Okay. Okay. Also. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Äh. Hallo? Wie hab ich denn das eben gemacht? Ey. Da geht doch. Ah. Ich muss wirklich. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hä? Ne. Moment mal. Oh mein Gott. Alter. Ne. 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 Unterschießen aus dem Boden. Zwei von den Fuckern. Entschuldigung. Ne. Ne. Ah. Okay. 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 Das ist ja mal lustig, dass man hier so durchhüpfen kann. Oh. Das ist ja unfair. Oh mein Gott, Leute. Das ist ein lustiges Level. Ich glaube, an diesem Level werden wir noch lange unseren Spaß haben. Denn dies scheint mir ein sehr lustiges Level zu sein. Guck doch nur, wie lustig es ist, das Level. Ich würde mich da gerne hochbacken. Geht das? Hallo? Backsupport. Backsupport. Komm schon. Ich möchte eine Runde backen. Lass mich meinen Kuchen backen. Oder wie bei Mario. Da ist ja immer der Schokokuchen, der niemals gebacken wird. Ja, danke. Ah. Okay. Dann muss ich es anders probieren. Mein Schokokuchen. Niemals gebacken. Kennt ihr das noch von Galaxy? Das müsst ihr kennen. Wenn ihr das Galaxy LP verfolgt, was aber wahrscheinlich längst nicht alle verfolgen werden, die das hier gucken. Ah. Fang. Okay. Jetzt muss ich warten, bis diese kleinen Deckelfackel da unten weg sind. Und dann zeige ich euch, wie das geht. So. Denn die zeigen mir an, wo das Hindernis ist. Zack. So. Und die haben mir gerade auch schon angezeigt, wo das nächste Hindernis ist. Scheiße, Alter. Nee. Fuck. Unfair. So. Warte. So. Nee. Weißt du, in dem Augen... Weißt du, was ich gerade sagen? Gerade wollte ich sagen. Das ist aber einfach. Weißt du? Immer wenn ich gerade sagen will, dass was einfach ist, verkacke ich da richtig. Danke. Ach so, ja. Ich wollte gerade sagen, warum springe ich da eigentlich nicht einfach drüber? Aber geht ja schlecht. Okay. So. Haha. Kann ich nicht zwischen die? Nee. Fuck. Oh mein Gott, Leute. Ich glaube, das wird immer schwieriger. Das wird immer schwieriger, das Level. Das wird immer heftiger, wird das. Ich sage es euch. Ich glaube, bald haben wir das auch schon durchgespielt, ne? Moment. Ich bin jetzt bei sieben von neun. Von acht, glaube ich. Nee. Sechs? Nee. Von zehn. Ich glaube, von zehn. Tadam. Heuer. Ah, okay. Okay. Da kommen also die Stachelmenschen raus. Danke. Dankeschön. Dankeschön, Mario, du Kuchenbäcker. Mein Schokokuchen. Niemals gebacken ist der Schokokuchen, denn der ist so richtig. Fett, schön, dicke, schulag, nico, chungel. So, komm jetzt hier. Ihr komischen Dackelfackel. Jetzt macht mal Dackelhackel. Dackelhackel. Christian Heckel. Kennt ihr den? Christian Heckel. Ha, nein. Da kann ich nicht springen. Scheiße, ey. Haha, Mann. So, komm jetzt. Mach. So, zack. Guckt. Ha. Oh. Hahaha. Ich finde das Spiel so gut. das Spiel ist einfach genial. Komm jetzt. Pass auf jetzt. Der Sprung des Todes. Ha. Nee. Nee, einfach nee. Nee. Finde ich nicht in Ordnung. Nee. Scheiße, Mann. So, zack. Ich fühle mich wirklich zurückversetzt in alte. Nee, eigentlich ist das mit den mesochistischen Mischenzeiten gar nicht zu vergleichen. Denn die waren weitaus heftiger. Wenn ich mich mal an Messoristik mischen erinnere Wie ich da abgegangen bin Das war nicht mehr feierlich Ne Ey, die haben irgendwie so einen Radius Um sich so, weißt du Die darfst du auch im Radius über 3 cm Dürfen die dich nicht Ja, geil Mario Das war jetzt wieder die TT'sche Konstante Denn die TT'sche Konstante besagt, dass er es nie schafft Das ist die Die Original Geil, TT Kann ich da nicht hochbacken? Jetzt komm, erfüll mir doch nur diesen Wunsch, Alter Lass mich doch hochbacken Hääääää Nääääää Oah Nein Ah, da war es Da war der Checkpoint Ah, nein Ah Nein War das knapp, Alter Nein Was mein Guck mal, ich leb noch Oh yeah Ich lebe noch Wuhu Ja Äh, 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 da, Moment mal Oh, oh mein fucking Gott Ah, fuck Die Schei Boah, Alter Ist der hart Hör mal auf Düm, 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 düm Ah, ihr Sackelfreunde Ja, ist ja gut Kommt auch von oben Ha Ne, da ist Ne, ne Die haben sich ein ganzes Lager aufgebaut So, pass auf So, pass auf Er schwebt in den Himmel Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Er schwebt in den Himmel Okay, Leute Jo, vielen Dank für's Zusehen Das war's heute von Anfermario Ich hoffe, euch hat's gefallen Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Part wieder Tschüss Ich hoffe, euch hat's gefallen